So, und jetzt mache ich das, was mir am meisten Spaß macht, extremes Allradfahren. Geil. Wenn es durchdreht, einfach noch mehr Gas. Geil. Dann geht's vorwärts. Fehlender Kripp wird einfach durch PS wettgemacht. Geil. Das Allradsystem von Polaris ist echt der Hit, ne? We're here to make some noise. I live a simple life by my own choice. I'm self-made man, that's who I am. I'll be farming my cattle till the day I die. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag. Samstag heißt bei uns immer der Hofladen an, oben und zwar von 9 bis 15 Uhr. So, das allererste ist einfach den Laden schick machen, alles bestücken, ein bisschen ausgerüstet und jetzt hinten jeden Samstag frisch Hackfleisch produzieren. Denn, ja, Hackfleisch ist ja sensible Ware und lässt sich eigentlich nur begrenzt halten. Das heißt, ich habe gerade durch den Wolf durchgelassen, mal so eine Kiste voll, verpackt das jetzt auf 500 Gramm. Denn heute haben wir Markt, Weihnachtsmarkt und Plankenfels. Morgen haben wir monatlichen Markt an der Thermen-Obernsees Bauernmarkt. Nächste Woche haben wir zweimal Markt, also wir haben gut zu tun. Und das jetzt nebenbei mit Umzug und allem anderen. Aber wird alles schick und an Weihnachten legen wir den Füß hoch. Und bis dahin, voll Gas. Ihr könnt jetzt auch noch bestellen, ein bisschen was vom Highland haben wir auch noch im Shop. Schaut rein, Mittwoch ist Versandtag, den Mittwoch vor Weihnachten. Das ist dann der letzte Versand. Wer da noch was für das Weihnachtsmenü braucht, unbedingt reinschauen. Unten, oben oder irgendwo haben wir jetzt das hauwashighlands.de nochmal. Da könnt ihr direkt draufklicken. Stöbert, alles was da ist, kann bestellt werden. Alles andere kommt im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank schon mal dafür. Und ja, wir schauen, was das heutige Video noch so bringt. Und machen wir heute Teil 3 vom Daily Christmas Vlog. So, jetzt ist der Hoftag vorbei. Hofladen ist wieder ordentlich. Die Waren sind zurück in die Kühlung. Rausquaschen ist halt alles, was so anliegt. Und jetzt nutzen wir mal das Restlicht. Und fahren mit dem Polaris einmal schnell die Außenstellen ab. Das heißt, heilen Fersen, heilen Pulm. Und gucken, wie es denn da mit dem Futter bestellt ist. Ob der Zaun intakt ist. Ob alle Ex-Sonsen. Ob das Wasser läuft. Und dann beeile ich mich und fahre nach Plankenfels. Dort ist Weihnachtsmarkt da ist. Heute sind die mit dem Norbert. Und ich löse sie ab. Dann kann sie wieder heim. Und morgen haben wir noch großen Thamen Bauernmarkt in Obernsees. Aber das habe ich, glaube ich, heute früh schon mal erzählt. Ja, so ist es halt, wenn man so ein Tagesvideo macht. Da weiß man immer nicht, ob man schon alles erzählt hat. Was da so ins Gewicht fällt. Oder auch nicht. So, jetzt ist es stockfinster für euch. Das macht aber gar nichts. Denn gleich wird es wieder heller. Dann die Kiste mal anlassen. Irgendwie hängt der leicht nach rechts. Da müssen wir mal gucken, ob da der Luft auf der Reifen passt. Fährst du quer, siehst du mir. Ja, das Profil ist jetzt auch nicht mehr das Beste vom Ranger. Wo war das Ranger? Ja, wir fahren durchs Winter. Wonderland, wenn man so will. Mit ganz wenig Grip und viel Schlupf. Also man merkt, diese Reifen sind jetzt nichts für den Winter. Ganz klar, macht das nichts. Wir wühlen uns erst mal schon hinter. Und im Vergleich zu anderen Orten haben wir ja relativ wenig Schnee. Also wenn ich da so schaue, einige Kollegen im Süden Bayerns, ist das öffentliche Leben komplett lahmgelegt. Wobei bei 60 cm Neuschnee, ja, ich finde es wenig spektakulär, aber es scheint wohl doch was auszumachen. Aber bei uns ist es ein bisschen, es geht in Ordnung. Auch wenn ich jetzt in drei Tagen zweimal mit dem Jimny im Graben standen bin, sagen wir ganz einfach mal, das war ein Fahrfehler. So, jetzt sind wir gleich hinten bei den Fersen. Gut, die sind halt auch schon entlegen, das muss man schon auch sagen. Aber, wir sehen, sie fressen noch. Das ist gut. Sie stehen alle verwundert da, das ist noch viel besser. Aber ich tippe mal drauf, dass wir da keinerlei Spannung mehr auf dem Zaun haben. Yo, 0,0, habe ich mir fast gedacht. Aber das lässt sich wahrscheinlich gar nicht so großartig ändern. Denn das Solarpanel lädt nicht mehr nach. Und die Weidebatterien halten auch nicht die Welt. Und der Strom leitet wahnsinnig viel in den Boden ab. Und schauen wir mal, wie es bei den Bullen ausschaut. Da ist es dann, da tut man wahrscheinlich besser. Da haben wir schließlich eine Dreilitze gefeiert. Wobei ich auch keine Dreilitze mehr mit Kunststoff oben und unten baue. Weil mir das durch das Gewicht vom Schnee alles nach unten hängt. Das habt ihr in den letzten Videos schon mitgekriegt. Da werde ich wahrscheinlich, wenn man alles, was an wichtigen Arbeiten gerade aktuell so ansteht. Und der ganze Umzug und dieses ganze stressige Zeug, was einem einfach nur Lebenszeit braucht. Und wenn das vorbei ist, dann werden wir dort bei der Bullenweide auch mal eine Dreilitze aus Stahl anstreben. Die ist halt einfach wartungsfreier. Solange man keine Wolfschutzlitze unten dran hat. Achtung, tiefes Wasser. Ah, schön. Sieht das mal wie ein kleines Safari. Ja, solange man ja nicht eine Wolfschutzlitze unten drunter montiert hat und die dann in zwei Wochen drunter ausmähen muss, sodass dann Strom im Zaun bleibt, ist es ja alles cool. Die geförderten, die durch den Pullenhof abgebaut haben oder noch Abbaue, die müssen natürlich auf 35 genauso, wie sie gefördert wurden, auch wieder aufgebaut werden. Das ist Fakt, ganz klar. Lässt sich nicht wegdiskutieren, aber neue Weideflächen errichten wir nicht mehr in dem System. So, jetzt schaue ich euch dann gleich wieder dazu, wenn wir hinten bei den Bullen sind. So, schauen wir mal, was der Strom spricht. 6,5 ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber wir wissen ja alle, woran es liegt. Ja, und beim Herfahren habe ich gerade gesehen, die Herrschaften brauchen einen Ball. Heute Abend noch. Das heißt nochmal hier im Dunkeln dann mit einem kleinen Schlepper herfahren. Ja, und das ist ja immer echt ein Aufriss, dass wir die Bande hier füttern können. So, immer kurz anhalten. Das ist immerhin Aufriss, dass wir die Bande da echt füttern können. Denn man muss daher echt den kleinen Schlepper vom Futter-Mischwagen abbauen und hierher fahren. Und, ja, ein bisschen habt ihr noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alle da, wunderschön. Ja, dann starte ich jetzt noch auf dem Markt. Wir sehen uns dann später nochmal, ne? Bis dahin fressen wir das noch leer und dann gibt es frisches, leckeres Heu. So, und jetzt mache ich das, was mir am meisten Spaß macht. Extremes Allradfahren. Ja, fehlender Grip wird einfach durchbässt. Wenn es durchdreht, einfach noch mehr Gas, dann geht es vorwärts. Nee, Quatsch. Das Allradsystem von Polaris ist echt der Hit, ne? Also, selbst wenn jetzt diese Reifen nicht mehr so viel Profil drauf haben und nicht mehr den Mega-Grip, aber dieses Allradsystem reißt es halt einfach raus. Geil. Wie schön. So, was? Und was meinst, hat sich's rendiert, dass wir auf dem Weihnachtsbett fahren sind? Also Weihnachten, zum einen finde ich den sehr schön und tatsächlich in der aktuellen Situation mit dem ganzen Stress hin und her, muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt tatsächlich Weihnachtsstimmung auf, ja? Man glaubt es kaum, ja, das macht sich schon sehr gut. Da kann ich mich ja bewusst und beruhigt zurücklehnen und einfach mal den Dingen haaren, die da kommen, ne? Da läuft's, oder? Was so wurscht für gute Laune machen kann, wenn man zwischendrin mal was probiert, gell? Hehehehe. Jetzt pötst du mal die Tassen weg. Ja, oder? Ja, oder? In der heavens? Ja, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020